So, liebe Freunde, auf zur zweiten Runde Metal Gear. Es kann sein, dass die letzte Episode ein bisschen geruckelt hat, das tut mir leid. Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen an den Einstellungen rumarbeiten. Ich versuche natürlich, die beste Qualität rauszuholen und dann ruckelt es ab und zu mal. Auf jeden Fall geht es weiter mit der zweiten Folge jetzt Metal Gear. Ja, ich mache einfach mal weiter. Hallo. Papapapapapam. Press the Standbutton to stand up. Lustig, das sie sagen. Äh, 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 äh. Das tut mir jetzt leid. Das kommt aber auch, muss ich zugeben. Aber wie geil war das denn? Oh Mann, das war gerade das Geräusch aus dem zweiten Teil. Dieses... Wie scheiße ist das denn? Moment, ich muss... Ich muss mal kurz in die Einstellung gehen, tatsächlich. Steuerung. Hä? Kann ich... Steuerungstyp? So, Moment. Ich würde gerne auf Playstation umschalten. Aber okay. Äh... Warte mal. Bin ich blind? Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ahab. 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 Ahab! Ich krieg das noch hin. Ich weiß ja jetzt welche Taste das ist. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind, dass ich ihn jetzt bin. Ich bin blind. Hurry! Now! Move! Move! Ahhh! Okay! Move! Go! Move! Go! Ahhh! 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 Shit! It's ugly down there! Turn back! This way! I'm in Griegola! Come on! Oh Gott sei Dank! Ich bin zu schnell für solche Spiele! Venga Venga! Oh! What's happening out there? It's alright! We'll be okay! Can't see what's happening! You hear that? What's going on out there? Let my people go! Nooo! Ein Arsch! Warum habe ich gerade einen First Up auf dem Arsch gesehnt? Oh! 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 Das war. Dann! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Ich weiß nicht, ob ich das Blutige schlimmer finde, oder ob ich diesen... Ich weiß nicht, ob ich das Blutige blutige, oder ob ich das Blutige blutige, oder ob ich diesen... Ich weiß nicht, ob ich den Blutige blutige, oder ob ich den Blutige blutige, oder ob ich den Blutige blutige, oder ob ich ihn sage. Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe kein Blut an mir, aber okay. Ja, hier sind zwei nicht blutige Leichen. Das Ding ist in Ordnung. Wir sind dann durch hier. Okay. Nice. Der pisst sich ein. Okay. Okay. Da ist sie wieder. Das ist wieder der Ghost Rider. Das ist echt weird. Okay. 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 Ghost Rider is still alive. Okay. 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 Soll ich da mit hinkommen oder was? Ja, sag das doch. Das ist ein Gentleman. Das ist ein Gentleman. Das war's. Hallo, 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 was zur Hölle war das gerade? Ne, eigentlich will ich gar keinen Waffenwechsel machen, glaube ich, wobei, mit der Munition dann noch von dem? Ne, da habe ich mehr Kugeln, gehen wir hier mal nach Munitionsprinzip vor, nicht die dickere wollen, sondern die mit den meisten Kugeln. Na, ist das schon wieder der Feuerteufel? Wenn ich richtig gezählt habe, acht Leute. Fuck the police, gedreht ihr ab bei ihm? Das war's. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ah, ich brenne! Oh, nein! Oh, nein! Okay, ihm geht's gut. Ich würde mal sagen, hart gemeistert, ne? Also... Was ist denn los, Alter? Kommt jetzt Mr. Gravity, oder was? Magneto, wow! Oh, da kann ich mir aber schon geile Cosplays vorstellen, Alter! Oh, okay, okay, yeah! Oh, okay, okay! Oh, okay! Oh... Oh, okay! Oh, okay! Ich bin schon echt ein übler Motherfucker, ne? Muss man ja sagen. Oh nö, ey, nö, nö, nö. Wo soll ich denn hin? Hey, that's creepy, ey? Okay. 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 alter fuck alter ich bin aber weg juckt nicht rüberfahren läuft er kommt aus dem feuer gerannt ich bin ja mal weg ja da hat jemand nicht so gute laune denke ich mal alter das ist ganz schön heftig human torch also für mich für den Anfang ein bisschen viele Cutscenes muss ich ehrlich sagen das nervt mich ein bisschen ich kann ja kaum schnattern sonst rede ich ja andauernd dazwischen oder man versteht mich gar nicht weil es einfach fucking laut ist naja okay das kann man ja noch einstellen ne utzi lass mich alleine jo krankwagen das gefällt mir steig ein ey das war nicht gespoilert das wusste ich nicht ich bin nur davon ausgegangen gruselig ich sag ja das Spiel wird immer gruseliger geh mal weg alter du kannst doch bestimmt fliegen ja der wird jetzt erstmal gelöscht denke ich mal oder auch nicht oh hey ab nach Hause erstmal ne basis wow wow kinders alter rechts vor links ist was geht denn bei denen hart ab ey ja hi na du oh gott sei dank muss ich nicht fahren ey das wird so schief gehen aufpassen hi okay hey Oh, yeah, oh, party hard, jedes Wochenende, sieht es genau so bei mir aus, eigentlich nicht, eigentlich nicht, aber das wäre schon geil. Wie auch immer man, das, was, Xlütimbo, keine Ahnung, irgendwo, im Nirgendwo, oh, Gott sei Dank ist bei dieser Perspektive der Typ schon draußen, ey, hoffentlich hat er jetzt mal ordentliche Klamotten an. Fuck you, wow, fuck you too. Wo ist der Feuertyp, wenn man ihn braucht? Nicht da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Ding ist nicht unbedingt... Vers. Get on! I'm on your side! Hurry! Hurry! Hang on! Und hiermit ist die Folge auch schon beendet. Jetzt, wo es spannend wird, es tut mir so leid. Aber da freut ihr euch doch auf nächste Woche, oder? Ja, ist ein bisschen komisch gerade. Ein Wal? Ein Einhorn? Pegasus? Wie auch immer. Auf dem Feuer? Bra-bl-bl-bl-bl-bl. Ist... Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Äh, ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen mal wieder. Äh, Follow, Abo, wie auch immer. Däumchen, wäre ein Träumchen. Ha, ich habe das geklaut, von wem auch immer. Ich glaube, Hand of Blood oder Hans Ratte. Ha, Fremdwerbung. Nein, ähm... Nein, auf jeden Fall freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns ein Däumchen dalässt oder ein Abo. Ansonsten auch bei Twitch mal vorbeigucken. Das streamen wir nämlich jeden Tag ab 21 Uhr, außer am Wochenende. Da ist das noch nicht so ganz sicher. Ähm, wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen und tödelä.